Vielen Dank, Yellow Cap 450 Kilo, Prancing, Flight level 100, Climbing 1.0 Yellow Cap 450 Kilo, Rhythmor, Addentsight, Clan Flight level 200 Climbing level 200, Yellow Cap 450 Kilo Gesehen Was hast du absichtlich? Yellow Cap 450 Kilo, Crossito Bombi, Clan Flight level 230 230 to Bombi, Yellow Cap 450 Kilo Gesehen Galatians 6, decent at 1000 feet per minute or more and contact arrival 120.8, goodbye 1000 feet or more, 120.8, Leicester 6, goodbye Coaching 250, Germania 4072 Germania 4072, contact rein, 132 330, tschüss 32330, 4072, tschüss Gesehen Good morning, Avlin 2016, Passing 140, Climbing 200, turning left to Benzo Avlin 2016, good morning, Addentsight, Flight level 200 Climbing level 240, Avlin 2016 Kilo Gesehen Wir erwarten ILS-Approach Runway 04R in Venice, so Low Visibility Procedure Progress, a CAT II approach. Then we expected the Albet 1A arrival via Albet and Laren to Latus. From there we start our final approach into Venice. Minimum sector charted is 7200 on arrival chart, which is novelty of the airport. And over at Latus we start descent from 3000 feet, expecting the ILS run visor for right. Check altitude, when is 3.9 at DME, 1250 feet, and minimum is 103 feet radio altitude. Set right side. Okay. In case of missed approach, 041 track at 2 DME, Tango Echo Sierra, right turn, 130, max 200 knots. Intercept radial 090, Tango Echo Sierra, cross radial 022, Georgia, minimum 2000 at 10 DME, Tango Echo Sierra, right turn. Okay. Intercept radial 034, Kyocha inbound to Dogex, climb 3000 feet. Good. Runway length is 3300 meters and a wide 45 meters. So, that's for the time. Runway. And parking position we leave via Romeo 6 to the apron later on. The setup accordingly. Set ILS on both sides. Tango Echo Sierra, set at number 2. And Kyocha for possible missed approach, set at number 1. That's the Venecia NDB. Active set on NDB and ADF. 041 on both sides inbound course. 103 feet radio altitude. Auto brake 3. So, we use 600 kilograms. It's 54.9. Okay. Flaps 4D landing. 1.2.6. Okay. No questions. No questions. delivery at number 2nd on, deaths, 539. 100 meters. They call us. No discussion. Huh, maa, F Isa to the front reach. All seen. 100 Meter 200 Meter 200 Meter Okay, ich habe jetzt das letzte Wetter von Brenniss und es deteriorierte weiter. Wir haben jetzt eine materiologische Visibilität von nur 100 Meter. Materiologische Visibilität ist das, was man normalerweise sieht, wenn man außerhalb der Haus, was man sieht. Und ein Runway-Visual Rang von 200 Meter. Das ist auch die Abbruch-Light. Sie haben eine bestimmte Intensität für sich selbst. So können Sie ein bisschen mehr sehen. Das ist 200 Meter und das ist unser absoluter Minimum für diese Abbruch. Auf der Runway sind es 150 und 150. Diese drei Visibilität gibt es ein Indikation der Visibilität in der Touchdown-Area und später in der Area, wo wir die Speed und auf der Runway haben müssen. Wir reduzieren unser Minimum. Jetzt das Minimum für diese ist 50 Meter. Das ist nur 15 Meter. Und Sie können verstehen, dass das jetzt eine wirklich heiße Abbruch ist. Wie der Kapitän gesagt hat, ich werde konzentrieren, wenn wir ein Minimum auf ob die Air-Craft eine aktuelle Flair-to-Land und retards die Thrust. Und der Kapitän wird nach außen und er muss confirm, dass die Air-Craft ist in eine perfekte Position zu landen. Das bedeutet, Centerline plus oder minus über 5 Meter und bis in den ersten 1,000 ft. der Runway. Nun, ich denke, es ist Zeit, dass wir unsere Anrufe vorbereiten und konzentrieren. die Reine könnte auch rüber gehen, nach Rijeka. Ok. Ok. QNH 1013 Transition Level 1,000 RVR ist 2,0,0 1,0,5 1,5,0. Ok. Ok. Copy on the RVRs and QNH 1013. Yo, QNH 1013 10,000 103 10,100 10,100 hab ich auch. No Descent Checklist first. Er war Zit厚 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Der Grund für den Kapitän, den zweiten Autopilot zu verbinden ist, dass der Computer mit den beiden Autopiloten zu verbinden ist, und das System ist der Fall Passive, das bedeutet, dass der Autopilot immer die größte Autopilot zu geben ist. Wenn ein Autopilot etwas sehr strange macht, wie ein Scharp turn oder so, dann wird es automatisch verabschiedet, und es weitergeht mit dem anderen Autopilot. Wir können natürlich nicht in dieser Situation landen, aber zumindest haben wir einen Autopilot und es gibt uns gute Beispiele für ein Go-Round. Ich habe jetzt meine Instrument-Panel zu, wie wir sagen, eine Roh-Data-Indication. Compared zu dem Map-Mode, ich habe viel weniger Informationen. However, ich habe die zwei Informationen, die wir brauchen für dieses Approach, komplett konzentriert, das ist unser Localizer, und das wird der Glide-Slope. Und das muss ich einfach machen, um zu sehen, dass sie konstant werden, und sie sind nicht zu viel verabschiedet. Das bedeutet, dass es mehr als eine halbe Data, auf der Seite oder auf der Seite oder auf der Seite oder auf der Seite. Auf der Seite dieser Höhen muss ich kurz abzorgend. Den Zindert. Aus voll looks mitten So ber eliminated. Läge 4, 50 km kommen in der Bisschen. Läge 4, 50 km, loger, 10 miles, sound touchdown, hier No. 1, contact Venice Tower, 120.2, bebe. Switching Tower 1202, YVW, Seine Trauer, YVW, established ALA 04. YVW, RBR 175, 175, 175, you are clear from ALA 04, right, wait, Carmen. Wie geht es? Yes, in case of RBR 175, we cannot continue the approach. Which is your minimum, sir? 200. 200 meters. Sorry, say again. 200. Radler, continue the approach, I'll turn it back over the outer marker. It is variable between 250 and 175. Okay. Copy. Get on. 28006, radar, 11890, bye. 289, bye, back to bed, yes. Flaps 15. Impensat. Als Nächstes, so, the next we await here White Flair. That means Flair is armed. Automarker, Altitude checked, Flare arm, check. 4 Whiskey Kilo, I am sorry, it is still 175 and never more. Copy, you're looking for Whiskey Kilo. Go round? Yep. Flap 15. Do you want to wait another mile or do you want to perform the misapproach procedure? Check trust. We are in the list of water already. 4 Whiskey Kilo, perform the misapproach procedure up to 3000 feet. Yes sir, and I call radar 11890. Okay. 11890 and at 3000 yellow cap, 4 Whiskey Kilo. Support the day yellow cap, 4 Whiskey Kilo, send the misapproach. Log on yellow cap, 4 Whiskey Kilo, radar contact, report in tensions. Call you in about 2 minutes. Roger, maintain the standard misapproach. Okay. Yeah. 1000. Check. Yeah, Autopilot, they are both still there, correct? Yeah, we got 4 Kilo, climb to 5000 feet. Yeah, I mean 5000, yeah, we got 4 Whiskey Kilo. Yeah, since at the Automarker, the weather was now below limits, we had to do a missed approach, and most probably we go now into a holding and wait till the weather improves for the last 25 meters we need. So, yeah, let's go now. Yep, I'm pretty sure, I'm going to get 4C. Right now, I'm gonna get 4H. Okay, you got to go again, wow, got to get up, get up. bis das Wettbewerb zu 200m in der Basis. 5000? Ja 5000. Meine Damen und Herren, kurz das Cockpit, wir haben es gemerkt, wir mussten den Anflug leider abbrechen. Da die Sichtverhältnisse im Moment in Venedig keine Landung erlauben. Wir gehen jetzt zu einem Punkt, der südwestlich von Venedig liegt. Dort könnten wir jetzt ein paar Runden halten. Das heißt, wir in eine Warteschleife gehen und warten, bis das Wetter sich bessert. Das heißt, bis die Sichten einen Grad erreicht haben, der uns einen Anflug erlaubt. Ich hoffe, dass sich jetzt mit aufgehender Sonde dann langsam die Wolkendecke etwas hebt und dass wir dann schnell und zügig unseren Anflug beginnen können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der Cockpit, wie ihr fühlt, haben wir eine Missed Approche für R4 in Venedig. Also, der Grund war, dass die Wetter sind. Das heißt, die Sichten sind unter unserem Minimum. Und so, wir haben die Anflug nicht geschlossen. Wir gehen jetzt nach einem Punkt in den Südwesten von Venedig zu erreichen. Ich hoffe, in den nächsten Minuten, mit dem Sonnenflug, die Wolken werden ein bisschen höher, damit wir einen zweiten Anflug für Venice beginnen können. Danke. Der geht rein, ne? Ja. Descend zu 3,600. Kiotra Laren, Yellow Cap, für Whisky Kilo, descend 3,600. Kilo Cap, für Whisky Kilo, Niner Merzender, von Touchdown. RVR 800, 225, 175, Tower, 120.2, Ciao. Purchsing Tower, danke, sehr gut. 225, 175. Du bist normal. Okay, das ist auf der Pia, ich bin mal. Danke, ich bin mal. Danke, ich bin mal. Danke, ich bin mal. Genau. 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 Du bist aber auch schon wieder bei Whisky Kilo, die Platz auf der Kilo ist. Du bist noch nicht unter- und auch schon wieder bei Whisky Kilo. Dία, du bist noch nicht unter- und auch schon wieder bei Whisky Kilo. Nächster, in den Momenten zu 250, 225, 175. Ganz killed. Lass in die firstly, nachher kommen. Jochen, wir haben ein paar Minuten nachher kommen. Vefs 40. Next I'm waiting for is the outer marker indication here, which I compare to the altitude, whether that is okay. And up here there's a white flare indication. Flare is the part of the flight where the sink rate is, from the approach, is stopped into a lower sink rate for the landing. YF 4, Whiskey Kilo 275, 200 175, EIRTLand 04R, Wendkamp. EIRTLand 05, YF 4, Wendkamp. YF 500 uniform, call radar on 11890. Das ist der 5-4-Til-Uniform, 1-1-8-9. Auf dem Outermarker, die Altitude sollte 250 sein, also das ist gekocht, okay? Und jetzt haben wir einen Flare. Das ist nicht klar. Die Glückwunsch in einem Bad-Weather-Approach ist, wenn man einen Fog hat, der Air ist auch sehr ruhig, also der Computer ist perfekt, und man kann einen Flare und den Lenden kalkulieren. 1,000. Das nächste, was wir machen müssen, ist 500 ft. Top der yellow bar, hier, ist der so-called Incapacitation-Check, wo wir beide confirmieren, dass wir konzentrieren sind. 5,000. Clear to land, checked. 4,000. Sauer 1,4-6-4, ready for start-up und pushback. 300. 200. 200. 100. Approaching minimums. 100. Minimums. Flare green, continue. 30. 20. 10. 30. 30. Speedbrick up. 60. Minimums. Checked. 4,000. Auto brichter ist Puisque. B-5, R-6, R-6, call your report for the media, look at the power of the speed. Rapport Linden, Gramehut. Kajaua, Gramehut, Ramehut, Abovili, Continua Taxi, da Vos, Wabiliat, Fisci, Kistus. Grazie. Grauela, 1761. Avanti. Un'informazione, noi in sequenza, mi conferma se siamo prima del collega qui a fianco, al 115? Ja, ja. Affirmative. Sarete Nr. 2 auf dem Motto, nach der Austrian, der wird in Motto, und der nächste Aeree kommt. Der nächste Aeree kommt. Der nächste Aeree kommt. Der nächste Aeree kommt.